Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest Wir haben schon wieder den Baumbug Wir haben schon wieder den Baumbug Na gut Ähm Wir würden, ich würde sagen Wir machen uns gleich mal auf den Weg Denn wir brauchen ne Menge Ich habe gerade meine Maus sauber gemacht Und jetzt ist meine Hände so ein bisschen Achso stimmt Ähm Ja herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest Wir brauchen auf jeden Fall jetzt ne Menge Zeug Ich guck grad mal Wieso haben wir Wieso haben wir die hier ausgerüstet? Ähm Ich habe etwas festgestellt Und zwar Die hat ja Federn und eine ne Die funktioniert aber nicht so richtig Wenn wir uns die nehmen Und dann die Axt Federn hauen Dann schlägt die anscheinend schneller zu Ähm Das äh möchte ich gerne ausprobieren Problem ist wirklich wir haben da oben kaum Oh ist ja schön Wir haben da oben kaum Ähm Stöckchen Und ich will mal ganz gerne wissen Seht ihr wie schnell die zuschlägt? Ich würde ganz gerne wissen Ähm Wie lang das noch gut geht mit den Stöckern Ansonsten muss man vielleicht wieder einen Schlitten machen Und ihr wisst ja wie ich momentan zu Schlitten stehe Nach der Aktion letztens Ich hatte auch überlegt Ob wir uns vielleicht ein Wohin? Da ist er bauen Na komm her Ich hatte auch überlegt ob wir uns eventuell ein ähm Achso Was will ich überhaupt bauen wäre eine gute Idee Ich zimmere hier einfach sinnlos Stämme in die Gegend Aber weiß gar nicht was ich bauen will Na gut Moment Ähm Das war jetzt natürlich sehr schlau Äh wir wollen bauen Moment Traps Ist das hier? Ne ist es nicht hier Ich will bauen Deadfall Spikes Was ist das denn? Das Soll ja ganz Viel bringen What the fuck? Was ist denn das? Ähm Ist das nicht ein bisschen übertrieben irgendwie? Oder? E Es ist doch irgendwie ein bisschen übertrieben finde ich C Äh Probieren wir mal Hier gibt es noch was anderes Ähm Moment Wo waren die denn? Ne 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 Hier muss es irgendwo Was genau Defense Bikes Äh R Und die sind R 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 Wie viel kosten die? Moment, wie viel kosten die? Die kosten neun Baumstämme. Äh, wir legen gleich los. Kein Problem, geht gleich los. Ähm, was macht jetzt momentan am meisten Sinn für uns? Am meisten Sinn für uns würde machen... Würde machen ein... Ich bin am überlegen... Eine Plattform wahrscheinlich würde viel Sinn machen, gell? Ich bin momentan... Moment, ich müsste es austesten, ich weiß es nicht. Wir haben ein recht kleines vor, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem. So... Stellen wir uns mal vor, ich würde die hierher machen. Ich könnte theoretisch auch da reinzimmern, da ist es ja auch egal. Zehn. Das geht ja. So... Dann müsste man... B... B, 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 B. Dann müsste man zur Plattform hoch eine Treppe zimmern, gell? Äh, R... Moment... Das ist, glaube ich, ein bisschen weit jetzt gemacht... Ja, 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 so... E... Und B müsste jetzt eigentlich theoretisch... Da unten dran... Genau, super. Und dann brauchen wir jetzt für jede Plattform nochmal fünf. Und dann könnte man da komplett hoch, das ist natürlich auch geil. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns auf jeden Fall... Moment... B... Fallen bauen. Fallen sind wichtig. Explosive Fire Trap bräuchte man dann die Dinger. Würde ich aber gerne... Trotzdem ein paar hierher setzen. Und zwar... Da eine hin. Aber wir gucken erstmal, ob wir vielleicht die Baumstämme wiederfinden, die wir gerade verloren haben. Die müssen ja irgendwo da komplett runtergerollt sein. Was mich natürlich zutiefst glücklich macht. Baumstämme... Baumstämme... Hallo! Sind weg. Die denken sich so... Nö, kein Bock mehr. Ähm... Baumstämme... Sind wirklich weg, ne? Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dir den ganzen Weg zurückschleppen möchte, um ehrlich zu sein. Wir können theoretisch hier mal... Na? Na? Hä? Seit wann kann man die nicht mehr kaputt machen? Na gut. Äh. Wir nehmen mal ganz kurz die Blumen mit hier. Irgendwie sind die FP... Ich bin... Ich weiß nicht wieso... Hat sich das jetzt wieder zurückgestellt, oder was? Fulls... Ja, stimmt. Das hat sich ja nicht verändert gehabt. Grass, Lightning, Sky... Sch... 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 Inward-Maus-Volumen, Musik-Volumen Musik-Volumen hier ist fast so gut wie nie Musik, aber okay Grass, Grass-The-Sensity, Skylight, Terrain Ich habe keine Ahnung warum Ah, okay Ah, sehr schön Aus unerfindlichen Gründen hat das Spiel manchmal... Manchmal spiele ich mit 20 FPS, manchmal aber nur mit 15 Ich weiß nicht wieso Ich habe alle Hintergrundprogramme ausgemacht Normalerweise läuft es auch flüssig, aber seit den neuesten Versionen Ist da irgendwie nicht mehr so gut Die haben ja auch gesagt, die wollen daran was ändern Im nächsten Update soll da was kommen Bin ich ja... oh Bin ich ja mal gespannt Die Stöcke lasse ich auf jeden Fall nicht entgehen, weil die brauchen wir unbedingt Und ich bin ja gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt mit den ganzen Mutanten und so So mal hier nichts besonderes Stein Ich weiß, wir wollten gar was abpflanzen, aber jetzt muss ich kurz erstmal hier ein paar Stöcker sammeln, weil das ist wichtig Für uns überlieben Überlieben Oh Nehme ich natürlich mit, wir haben noch 6 Stück, ne das ist nicht so viel Trinkbeute ist ja ich voll Ich weiß es gar nicht Hasebeute Mitnehmen Super Oh Oh Noch mehr, sehr schön Da haben wir noch einen Stock Wo ist er hin? Da Ah, wir haben einen Sinnvoll, okay gut, auch nicht schlecht Normaler Stein Das sind keine Bärenbüsche Ich muss gar mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht Mit Wilden kollidiere Einmal noch ein bisschen Gewürze, die kann man mitnehmen Bams 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 Was ist denn mal hier? Ja, brauche ich nicht unbedingt, aber nehmen wir mal mit Kann nicht schaden Nehme ich mit Warum nicht? Hier in der Grunde hört man jetzt die Glocken, weil ich die Tür aufgemacht habe Ich hoffe es stört nicht Sehr schön Brauchen wir auch noch Ähm Nehme ich mal die Axt wieder Ja Ja Na ok Das Problem momentan ist glaube ich wirklich, dass wir keine Bäume mehr in der Nähe haben Da oben Wir müssten uns also Wirklich Achso Weißt du was? Dann mache ich jetzt einfach mal Äh B Rein theoretisch soll es ja nicht mal funktionieren Dass der bugt Weil es ist ja neu verändert worden Loks Lied Ja 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 Schlippen Sch россий Der Schlaf Ja ist das der baum oder habe ich gerade irgendwie schritte gehört ich bin mir nicht sicher wo ist unser slied wo ist unser slied dahinten okay was ist hier ein stein okay schade ja super stock okay das ist klasse jetzt kann man hier noch mal ganz kurz weg damit das gefühl irgendwie die kirschschurmglocken sind auch so nervig und so ewig lang dauern die es ist zum glück überhaupt nicht stressig ja unsere freunde sind aber nicht das ist jetzt auch nicht schlimm ich habe es gesehen bei vielen anderen let's playern dass sie das problem haben mit dem experimental war dass da die leute einfach durch rennen ich hoffe wir haben wir nicht den fehler weil ich hoffe wir haben nicht den fehler weil wir so doof weil wir haben eine ziemlich kleine base das heißt wir werden sozusagen überhaupt nicht sicher in der base die wir vollkommen finden und wäre das der fall müsste mir wahrscheinlich im wald noch mal eine bau dann würde ich wirklich als dritten standpunkt noch einmal eine wahl denn er hat man hier oben eine von mir aus ferienbase oder zumindest auf versicherung dass wir irgendwie überleben können könnte man da reingehen wenn ich gerade barbaren hier sind dann ist die festung ja dann doch sinnvoll da das weiter wie falsch aber egal so cc und da noch einer da hinten kann ich sowieso gar nicht mitnehmen weil wir können ja nichts mehr tragen zwischendrin dann würde ich sagen schlepp mal das ding mal nach oben aber ich sehe gerade ich habe nichts mehr habe ich denn noch habe ich denn noch habe ich denn noch super lowers energy genau das habe ich jetzt gebraucht also habe ich ja nicht getrunken okay dann würde ich sagen ich denke das wird dunkel wir haben gerade keine energy mehr und wir haben auch nichts mehr zu essen das heißt wir müssen danach erst mal ganz kurz uns ein Reh auf den grill hauen das können wir dann machen erstmal müssen wir jetzt schnell hoch ich glaube der schlitten ist ganz praktisch hier stopp super stein ein bisschen gucken dass wir hier auch ein bisschen stocker mitnehmen sind ja brauchen wir auf jeden fall na komm her ich lieb ich habe mich trotzdem aufgehoben bin nicht sicher okay aufpassen dass wir nicht irgendwo dagegen krachen wir wissen ja wie das endet und dann würde ich sagen stellen wir den mal in der nähe ab und wir haben ja schon einmal den weil ich immer noch nicht was das sein soll das ist keine ahnung das sah so ein bisschen aus wie so ein schleimiger slenderman keine ahnung es ist es ist es ist es so okay dann wollen wir mal ähm achso jetzt ja dann klar macht das feuer an während ich drinnen stehe intelligenter junge du bist wirklich also schlagen möchte ich ihn ah super mit hallo hallo bau das da rein so zwei nehmen na los baus rein reinbauen und noch ein nehmen und du darfst das da gerne genau und wir haben keine steine wir sind voll mit stein dann mache ich mal ganz kurz moment wenn wir voll mit stein sind ich hätte gern noch mehr feuer um mein haus muss ich gestehen und zwar am besten hier jetzt nicht unbedingt weil da kann man nicht anzünden aber hier Feuer sind wichtig Feuer sind toll so wo ist der stein hin der stein ist da und hier drüber habe ich auch gerade einen stein gesehen super wenn das gerade so dunkel wird gehe ich mal okay machen wir mal hier E flüppch flüppch und dann da drüben noch E lalalala wir haben hier noch ein ziemliches blubel in die haus wenn wir das so angucken hier alles snacken uns mal durch rein ne lurch lass ich mal noch lalalala dann können wir uns mal einen Generic Meat draufhauen C und setzen uns mal hin in der Zeit das ist ganz ist eigentlich voll geil dass man sich so hinsetzen kann ja selbst das Riegel läuft hier durch also es ist ein bisschen komisch was hier ich weiß nicht genau was das sein soll warum das so ist kann ich nicht sagen ok jetzt muss ich vorsichtig sein ich höre gerade aber ich glaube ich höre momentan nichts ich weiß nicht ob wir schlafen können und wenn wir schlafen können bin ich mir nicht sicher ob ich es ausprobieren möchte super leider was gegessen dann tun wir mal ganz kurz unsere Beute woran sieht man eigentlich dass der voll oder leer ist water skin can be used for getter clean water currently clean water momentan frisches wasser enthalten wahrscheinlich ich würde mal nach oben gehen um mal zu gucken was draußen los ist jetzt sehen wir zum glück alles weil der baum weg ist wisst euch ganz praktisch dass er weg ist und da hinten habe ich doch ist das ein eingeborener da hinten neger ok ich sehe eigentlich nur ne menge Rehe das wars eigentlich ansonsten ist hier nichts dann können wir uns ja mal wagen zu schlafen ähm speichern hast wir wissen es ja immer erst speichern und dann müssen wir mal ne c schlafen junge nicht das da ok wir konnten schlafen super ähm ich würde mir dann wieder ein feuerzeug als zwei dings nehmen als erstes kannst du die axt wieder schnappen junge und dann geht es mal weiter hier fehlt es jetzt nur noch das und hier fehlt jetzt nur das circuit board was wir momentan nicht haben ok dann würde ich sagen wir verpiseln uns mal hier hinter und tun mal langsam wieder ein paar bäume abfällen mit stein nehme ich mit komm her hier lag auch noch irgendwas noch ein stein oh ich würde stein hier liegen krass hier lag doch immer noch ein stock oder hier lag doch hier war doch ein stock spawn junge hier war doch ein stock spawn junge ok ähm tragt ihr grad früchte aus momentan haben die nichts nur gut so mich nicht stören damit gebe ich mich mal hinter ich weiß immer noch nicht was das für komische grafikbakter an der seite sein soll was dieses komische dreieck was da raus lugt ähm ist auch seit der version mit dabei ich weiß es nicht keine ahnung so hier wieder steine an der ende steine hier oben sind echt auch viele steine hätte ich nicht gedacht den nehme ich mit den können wir dann zu kleinern in 100 kleine steine das ist super ok erstmal tun wir mal wieder hier bevor wir alles abholzen sammeln wir mal hier erstmal unter den bäumen wieder Stöcker also die Stöcker spawnen wirklich nur unter den bäumen und wenn die bäume weg sind spawnen auch keine Stöcker mehr das ist realistisch habe ich jetzt kein problem damit kann man sich merken wird ich denke gerade liegt einer ähm haben wir denn hier noch was auch nicht irgendwie ist Moment ja super irgendwie ist hier nicht so viel stock stockig stockiges hier ist noch einer super genau da ist noch einer da ist noch einer was haben wir hier noch da ist noch einer wir haben wir haben 6 fehlen noch 4 fehlen noch 3 fehlen noch 2 fehlt noch einer 1 2 1 2